Hallo, ich wollte euch mal ein kleines Update dazu geben zu der neuen Wohnung. Wir haben zwar gesucht, haben aber keine wirklich gefunden, denn die momentan frei sind, sind ein und zwei Raumwohnungen und die sind halt ein bisschen zu klein für uns, dann brauchen wir schon eine Dreiraumwohnung. Und ich habe auch hier bei uns am Ort ein Jobangebot bekommen. Yeah, das ist richtig, richtig geil. Weil ich freue mich auch so, denn mein Arbeitsvertrag wäre jetzt eh zum Ende September ausgelaufen. Und ich wusste nicht, ob ich eine Verlängerung bekomme oder nicht. Habe auch nicht weiter nachgesucht nach einem Ersatzjob jetzt und habe halt doch zufällig durch eine Bekannte halt erfahren, dass hier bei uns einer frei geworden ist und habe mich auch beworben und habe ihn auch relativ schnell bekommen. Das freut mich. Und der liegt auch wirklich auf dem Weg. Also ich habe die Kita auf dem Weg und fahre einfach nur geradeaus weiter und bin dann schon da. Ich kann mit Fahrrad fahren. Wir sparen Sprit und das ist einfach echt super. Ja, sorry, wir geben Gewackele. Ich habe mein Handy in der Hand. Ich habe es jetzt nirgendwo hingestellt. Ich werde es mit dem Bearbeitung noch ein bisschen stabilisieren. Ich habe es jetzt nicht hingestellt. Ich werde es nur schnell abdrehen. Dann, ich muss noch ein bisschen was machen, denn da hat neue Wohnungen wird es nicht geben. Ich werde aber ein paar Zimmer zeigen. Also ich werde euch unsere ganzen Zimmer zeigen, wie die aussehen, wie wir sie gestaltet haben. Das ist ja auch schon etliche Zeit her. Das eine oder andere Zimmer werden wir sicherlich auch etwas umgestalten und renovieren. Da werde ich euch dann wieder etwas mitnehmen. Und ja, mir ist halt nicht wirklich jetzt geplant. Die Revierungen werden aber sicherlich erst, wenn Anfang nächsten Jahres in Angriff genommen werden. Denn jetzt momentan ist es ein bisschen Stress wegen dem neuen Job. Und ich muss selber erst mal gucken, wie das da anläuft und mit Fahrrad und ja, Ähnlichkeiten. Dann möchte ich noch ganz herzlich die Shona grüßen. Ich glaube, die hat dann richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiere mich bitte. Sie hat mich bei Instagram angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich sie in einem Video grüßen kann. Das mache ich mit dir. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Auch ein Knutschi. Ich hoffe, du freust dich und verfolgt mich weiter bei Instagram. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich dort auch verfolgt. Und Shona, alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!